In seinem großen Plan schuf Gott die Menschen als zweierlei Geschlechter. Diese Dualität findet in der Ehe Ausdruck und veredelt den Menschen. Ein Wesen ergänzt das andere. Paulus hat schon gesagt, doch im Herrn gibt es weder die Frau ohne den Mann, noch den Mann ohne die Frau. Mann und Frau sind seine Schöpfung. Ihre Dualität ist von ihm beabsichtigt. Einer ist ohne den anderen unvollständig. Mir ist klar, dass es unter uns viele wunderbare Frauen gibt, die nicht die Gelegenheit zur Heirat haben. Auch sie leisten einen gewaltigen Beitrag. Es gibt einige Männer, die arroganterweise meinen, sie seien den Frauen überlegen. Sie scheinen nicht zu begreifen, dass sie selbst gar nicht existieren würden, wenn ihre Mutter sie nicht geboren hätte. Jede Frau ist eine Tochter Gottes. Man kann sie nicht beleidigen, ohne auch ihn zu beleidigen. Die Frauen in unserem Leben sind Wesen, die mit besonderen Eigenschaften, göttlichen Eigenschaften ausgestattet sind, die sie veranlassen, sich gütig und liebevoll um ihre Mitmenschen zu kümmern. Wir können sie dazu ermuntern, wenn wir ihnen Gelegenheit geben, den ihnen innewohnenden Talenten und Impulsen Ausdruck zu verleihen. In ihrem hohen Alter hat meine Frau eines Abends leise zu mir gesagt, du hast mir immer Flügel zum Fliegen gegeben und ich liebe dich deswegen. Frauen sind absolut notwendig im Plan des Glücklichseins, den der himmlische Vater für uns entworfen hat. Der Plan funktioniert ohne sie nicht. Wie dankbar bin ich und wie dankbar müssen wir alle sein für die Frauen in unserem Leben. Gott segne sie. Vertraue und glaube, es hilft, es heilt die göttliche Kraft!